In diesem Video erkläre ich dir, wie man mit der rechten Schulter im Abschwung länger hinten bleibt, damit man besser von innen an den Ball kommt. Also bleib dran, wir starten jetzt! Ja, wenn man diesen Over-the-Top-Move hat, dann ist das ja wie ein Fluch. Man kann ja ungefähr alles, was man möchte, versuchen, um den Schläger von innen zu bekommen, aber es wird immer schlimmer. Der Grund ist, dass man einfach kein gutes Verständnis hat von der Mechanik des Körpers. Und genau über das sprechen wir jetzt. Gleich vorneweg, ich möchte, dass du verstehst, dass die schlechteste Strategie folgende ist. Nämlich, dass du versuchst, im Abschwung deinen Brustkorb nicht zu drehen, damit du eben den Schläger mehr von der Innenseite kommst. Das ist so ziemlich die schlechteste Idee, wird aber am häufigsten von den Golfern versucht. Du musst bitte verstehen, dass bei Profischwingen, wo die rechte Schulter unter Anführungszeichen hinten bleibt, der Brustkorb sich sehr wohl öffnet. Und er tut das nicht, er ist ganz spät, sondern er tut das wirklich vom ersten Moment im Abschwung an. Das heißt, bitte hör sofort mit dieser Idee auf, dass der Brustkorb nicht drehen darf. Einer der häufigsten Gründe, warum das passiert, ist, weil Hobbygolfer nicht ausreichend Seiteneigung nach links haben. Was heißt das? Normalerweise ist es so im Aufschwung, dass ja die linke Seite tiefer ist, das heißt, ich stehe eigentlich so da im Aufschwung. Das ist eine Linksseiteneigung, das ist eine Rechtsseiteneigung, weil das dann später mal vorkommt. Und wenn ich einen Aufschwung mache, ist es so, dass ich eine Linksseiteneigung machen sollte. Und was ich bei vielen Hobbygolfern eben sehe, ist, dass sie das nicht machen. Sie drehen sich quasi zu flach, also sie sind vielleicht noch nach vorne geneigt im Setup, aber dann beginnen sie sich aufzurichten, wie man sagt, oder in anderen Worten, sie haben die Linksseiteneigung verloren. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann kann ich ja nicht einmal den Ball sehen. Du brauchst dich ja nur hinstellen und versuchen, flach zu drehen. Du siehst nicht einmal den Ball. Und das Erste, was du jetzt machen musst, ist, dass du jetzt wieder irgendwie Seitenneigung nach links erzeugst, damit du überhaupt den Ball sehen kannst. Und jetzt siehst du sofort, was passiert. Ich ziehe sofort meine Schulter nach vorne, der Schleger kommt von außen und ich habe das erste Problem. Das heißt, solange du keinen Aufschwung hast, wo du mehr Seitenneigung nach links hast, und zwar nicht nur im Oberkörper, sondern auch im Becken, dann wird es fast unmöglich werden, dass du nicht diesen furchtbaren Schulterwurf bekommst. Ein zweiter Grund, warum man diesen furchtbaren Schulterwurf hat, ist, dass man die Stabilität in den Schulterblättern verliert, speziell in der rechten Seite. Was heißt das? Wenn du dich mal aufrecht hinstellst, dann kannst du dich so hinstellen, dass die Schulterblätter unten sind und die Schultern sind nach hinten und zur Körpermitte hin angespannt. Oder du kannst dich auch so hinstellen und die Schulterblätter hinaufgeben und nach vorne kippen. Das schaut dann ungefähr so aus. Es ist so, dass die meisten Golfer im Abschwung genau das machen. Sie haben die Schulterblätter zu weit oben und zu weit nach vorne. Und wenn du das machst, dann bekommst du eben genau diesen Over-the-top-Look, diesen Schulterwurf. Die Profi-Golfer, die machen das, wie gesagt, anders. Die sind hier oben. Und spätestens hier im Übergang bewegen sie die Schulterblätter hinunter und Richtung Körpermitte. Das schaut dann so aus. Im Gegenteil der Amateur-Golfer. Das hier. Schulterblätter raus und hinauf. Und wenn man das richtig macht, dann siehst du, da kommst du eigentlich gar nicht aus. Der Schläger geht schon hinunter. Und ich kann jetzt auch schon meinen Oberkörper Richtung Ziel drehen. Und trotzdem geht der Schläger nicht nach vorne. Also ganz wichtig, Schulterblätter. Ich bringe das am besten so, dass du dich einfach hinstellst. Schultern runter. Und dann versuchst du die Schulterblätter Richtung Körpermitte zu bewegen. Und damit du das Gegenteil fühlst, kannst du auch einmal zum Spaß die Schultern heben und nach vorne bewegen. Und dann wirst du hoffentlich den Unterschied gut spüren. So, der nächste Punkt ist vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich bin überzeugt, dass du das gleich verstehen wirst. Und zwar geht es auch um das Verhältnis der Sways. Sway bedeutet, dass etwas sich seitlich nach rechts oder nach links bewegt. In dem Fall spreche ich einerseits vom Becken, vom Zentrum des Beckens, das sich nach rechts oder nach links bewegen kann. Aber auch der Brustkorb, der kann sich nach rechts und nach links bewegen. Ja, wenn man sich das ganz einfach vorstellt, kann man sagen, dass der Unterkörper und der Oberkörper im Aufschwung genau übereinander bleiben. Es wird nicht so sein, dass der Oberkörper stark nach rechts geht oder das Becken stark nach rechts geht und der Oberkörper links bleibt. Man ist relativ genau übereinander und die Wirbelsäule ist ziemlich gerade. Wenn jetzt zum Beispiel der Fall eintritt, dass im frühen Abschwung das Becken nicht nach links geht, wie es sein soll, sondern sagen wir zum Beispiel, es bleibt auf derselben Stelle oder geht sogar nach rechts retour, was übrigens, ich würde sagen, 80% aller Amateurgolfer machen, dann wirst du sehen, dass der Oberkörper nach links geht. Jetzt ist der Oberkörper schon näher dem Ziel als der Unterkörper und jetzt steht meine Wirbelsäule genau so. Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch so beginnen. Das heißt, wenn mein Oberkörper links ist und mein Becken rechts, dann werde ich einfach automatisch von außen kommen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann versuchen, so viel von innen zu kommen, wie ich möchte. Das wird nicht funktionieren. Und die Lösung ist, dass du an deiner Beckenbewegung arbeitest, dass du schaust, dass du dein Becken früh genug in die linke Seite bekommst. Und dein Oberkörper sollte ja mehr oder weniger im frühen Abschwung darüber sein. Aber auf keinen Fall zu weit links, um im Becken zu weit rechts, das macht riesengroße Probleme. Und ich würde sagen, das ist einer der absolut häufigsten Fehler von Ober der Top bei Amateurgolfern. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe. Und zwar, wenn man das Problem hat, dass man oben der Top kommt, also von außen, dann kommt oft der gut gemeinte Tipp. Ja, man soll aufschwingen, soll die Hände oben lassen und dann nur mit dem Becken drehen. So, wenn du das machst, ja, und du mit den Händen oben bleibst und nicht abschwingst, und du drehst jetzt, dann wirst du, ob du willst oder nicht, die Hände in diese Richtung bewegen und du hast wieder diesen furchtbaren Schulterwurf. Du musst bitte verstehen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Arme im Golfschwung eine separate Senkbewegung machen. Es ist zwar eine, ja, sehr idyllische Vorstellung, dass man sagt, okay, ich schwinge jetzt auf, dann kommt mein Becken, dann kommt mein Oberkörper, die Arme warten und dann kommen die Hände von selber. Aber das ist nicht das, was passiert in einer guten Bewegung. Profigolfer bewegen ihre Arme aktiv hinunter. Manche spüren das nicht, aber sie machen es. Und wenn sie das nämlich nicht tun würden, dann würden sie nämlich so drehen, dass der Schläger von außen kommt. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass sie mit dem Körper so ausweichen, dass sie die Hände hinunterbringen. Und dann gibt es eine Anzahl von anderen Problemen. Jetzt kann es sein, dass du es geschafft hast, dass der Schläger im Abschwung gut startet, auf einer guten Position ist und dann auf einmal kommt er trotzdem von außen an den Ball und du hast wieder diese furchtbaren Slice. Das liegt häufig daran, weil man Richtung Treffmoment in keine Rechtsneigung kommt. Du kannst dich vielleicht erinnern am Anfang über die Linksneigung und ich brauche im Treffmoment eine Rechtsneigung. Und die Rechtsneigung beginnt ungefähr, wenn man mit den Händen im Abschwung ja circa hier bei der rechten Hosentasche ist. Hier beginnt dann die rechte Schulter runter zu gehen. Und man kann so den Schläger auch ganz am Schluss noch gut zum Ball bringen. Würde ich jetzt zum Beispiel diese Seiteneigung nicht machen und bleib links tief, dann wird der Schläger höchstwahrscheinlich von außen kommen. Oder ich muss andere Ausgleichsbewegungen machen, damit er das nicht tut. Auf alle Fälle in erfolgreichen Golfschwüngen siehst du immer eine Menge Seiteneigung nach rechts. Und es ist nichts Untypisches, dass die Profigolfer im Treffmoment 30 bis 35 Grad nach rechts geneigt sind. Das ist nicht ganz so viel wie beim Aufschwung, aber nicht weit entfernt. Hier sehe ich bei den meisten Hobbygolfern fast gar keine Seiteneigung nach rechts. Und wenn, meistens sind es nur 5 bis maximal 10 Grad. Also etwas, woran man immer wieder arbeiten kann. Jetzt fragst du dich vielleicht, welchen von diesen Fehlern du in deinem Golfschwung hast. Zurzeit biete ich ein Online-Coaching an, wo du mir Schwinge senden kannst und ich dir über einen längeren Zeitraum Informationen gebe und mit dir an deinem Golf arbeite. Du findest hier unten in der Beschreibung einen Link zu diesem Training. Und in der Zwischenzeit würde ich dich bitten, dass du dieses Video noch anschaust. Da geht es um den Handgelenkseinsatz im Golf und wie du die Handgelenke verwenden sollst. Weil wenn die nicht stimmen, dann hast du fast gar keine Chance, innen an den Ball zu kommen. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss! 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 Tschüss!